Habt ihr Vorsätze für das neue Jahr? Wir werden jetzt die Top-Vorsätze der Bevölkerung mit Mathilda umsetzen. Und mit Jana werden wir genau das Gegenteil tun. Einen neuen Partner oder eine neue Partnerin finden. Und bei Jana würde ich sagen, vielleicht hat sie eine Affäre. In der Dusche. Let's go, Jana. Gönn dir. Und warum denkt Jana über Babys nach? Jana, nein, tu mir das jetzt nicht an. Okay, Leute, wir machen direkt einen Schwangerschaftstest. Oh mein Gott, das Spiel hat mich gerade so hart veräppelt. Oh mein Gott, ich pack sie überhaupt nicht mehr.